Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Mittwochabend bei Fellner Live mit einem ganz besonderen Duo, nämlich ihrem Lieblingsduell. Peter Westenthaler ist hier, Josef Tschapp ist hier. Beide bereiten sich schon vor auf den großen Jahresrückblick, den sie mit Tschapp und Westenthaler ab nächsten Sonntag, ab 25. Dezember sehen werden. Aber heute machen wir noch so eine Art Schlussduell zu diesem Jahr mit den ganz aktuellen Themen dieser Woche. Und das Thema, das jetzt eigentlich in den letzten Stunden fast alle anderen Themen überschattet hat, sind unsere Nachbarn aus der Schweiz, die völlig überraschend einen kompletten Asylstop verfügt haben. Schluss mit lustig. Keiner darf mehr rein. Die Grenzen werden dicht gemacht. Kein Asylland darf mehr rein. Und falls es es doch schafft, über irgendeinen der sieben Schweizer Berge ins Land zu kommen, dann ist er gleich wieder draußen, weil ihm die Schweiz mitteilt, Es gibt kein Asylansuchen, es gibt keine Asylgenehmigungen mehr in der Schweiz. Pfirti oder wie es dort heißt. Grüezi. 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 Sagen Sie Grüezi. Und auf Wiedersehen. Und grüßen Sie mir Afghanistan oder Syrien oder wo immer Sie herkommen am Weg zurück. Eine interessante Entwicklung, Peter Westenthaler. Du forderst das ja, glaube ich, in ähnlicher Form für Österreich. Bist auch überrascht, dass die Schweizer das jetzt so rigoros einführen. Das hätte man denen nicht zugetraut. Naja, die dürften die Rede vom Herbert Kickl im Parlament gesehen haben, der das für Österreich massiv und als einziger derzeit fordert. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man heutzutage eigentlich nicht gegen einen Asylstopp sein kann. Das ist ja was selbstverständlich. Na, weil man vielleicht die Menschenrechte und die Menschlichkeit auf der Fahne hat. In erster Linie geht es um die Menschenrechte der eigenen Menschen im Land einmal. Und das ist aber das Wichtigste. Die Schweiz war eigentlich als Land des Asyls und der Menschenrechte weltbehörde. Das ist ja das für mich so Interessante, dass die Schweizer das jetzt machen und uns eigentlich vorzeigen, SIG, weil wir haben es ja schon lange gefordert, uns eigentlich vorzeigen, wie es geht. Und deswegen schließen sich da jetzt auch viele Österreicher. Ich habe ja Radio in der Früh gehört. Und da sind über 90 Prozent eigentlich auch dafür, für den Asylstopp. Das heißt, diese Regierung und auch alle anderen Parteien, außer die Freiheitlichen, die Freiheitlichen haben es ja schon gefordert, aber alle anderen Parteien müssten doch jetzt hergehen. Und einmal sagen, wir setzen den Volkswillen um. Und der Volkswille lautet, es soll kein einziger Asylland mehr nach Österreich kommen. Warum? Weil es erstens rechtlich korrekt ist. Es gibt keinen Rechtsanspruch, schon lange nicht mehr seit Dublin. Jeder, der zu uns kommt, kommt über ein sicheres Drittland. Und zweitens, warum? Weil wir derzeit über 100.000 Asylanträge haben. Die meisten weltweit an der Bevölkerungszahl gemessen. Und in diesem Jahr, das jetzt gerade zu Ende geht, rund 250.000 Zuwanderer netto, die hier im Land geblieben sind. Denn die Geschichte, die kommen eh noch zu uns, weil sie dann irgendwo anders weitermarschieren, die hält nicht mehr. Die bleiben hier, weil sie bei uns die Sozialleistungen bekommen, die sie nirgends bekommen. Über das können wir gleich reden. Aber das, was die Schweiz da macht, ist natürlich ein massiver Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention. Die aus dem Jahr 1950 stammt. Die 50, ja. Die man gemacht hat zu einem Zeitpunkt, sowohl Flüchtlinge als auch Menschenrechtskonvention, wo es ging um Flüchtlinge nach dem Krieg, die alle in unserem Kulturkreis waren. Europa, Amerika maximal. Aber nicht aus jenen Kulturkreisen, wo jetzt diese sogenannten Bereicherer, wie sie ja genannt werden von den Schöngeistigen in dem Land, aus Afghanistan, Syrien und aus allen Herren Länder zu uns kommen, hier testosterongesteuert einfallen und unsere Kinder und Frauen vergewaltigen. Jetzt schon wieder ein 13-jähriges Mädel. Die Leonie. Wo hört denn das auf? Es muss Schluss sein. Und ihr Wortmann von einem Bundeskanzler, nicht, dass er fabuliert über irgendwelche nicht errichtbare Zäune, das ist ja ein Schwachsinn, sondern er sagt, so, in unserem Land ist es jetzt einmal dicht, da kommt keiner mehr rein. So wie es die Schweiz macht, so wie es zum Teil Ungarn macht, so wie es andere Länder machen, Schluss mit lustig und aus. Nein, der Schweiz kann ja noch reinkommen, er kriegt kein Verfahren. Naja, er wird wieder abgewiesen. Er wird abgewiesen. Ich grüße. Ich grüße. So, Josef, verteidigst du die Menschenrechtskonvention oder bist du auch auf Schweizer Linie? Nein, grundsätzlich ist es zu akzeptieren, dass es diese Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention gibt, aber es gibt intelligentere Methoden, um die Zuwanderung, vor allem die illegale Zuwanderung, in den Griff zu kriegen. Und intelligentere Methoden verstehe ich, und ich bin auch der Meinung, und das hat auch damals in dem Interview die Pamela eigentlich gesagt, dass das zu viel ist, dass wir 100.000 Asylanträge haben, und die Ungarn haben 50. Ich meine, das geht nicht. Und die Ministerin Edstadler... Die Schweiz hat 30.000, wenn ich das nicht... Ja, und die Ministerin Edstadler hat jedenfalls jetzt öffentlich auch erklärt, dass der Orban da einen Beitrag leisten soll. Denn Orban ist anscheinend Österreich völlig gleichgültig. Der winkt da alles durch. Der soll völlig so dort das entgegennehmen. Und was der dort anbietet für die Flüchtlinge nicht, das ist nicht mein Problem als Österreicher. Nein, schon. Ja, nein, ich kann ja darüber diskutieren, ob der Klimabonus unbedingt für die Asylwehr wahr sein muss. Das haben wir eh schon diskutiert und gesagt, wieso eigentlich? Ja, der ist gerade gekommen und kriegt den schon. Also, das ist aber eine andere Debatte. Die wirkliche Debatte ist die, ich brauche bessere Kontrollen bei den Außengrenzen. Ich muss bei der Schengenerweiterung, die jetzt blockiert ist, bei Rumänien und Bulgarien ausverhandeln, dass die ganz eine andere Grenzsicherung machen, wenn das eine sogenannte EU-Außengrenze ist. Die Asylanträge müssen außerhalb der EU stellbar sein. Am besten in Nordafrika, so wie es schon hundertmal diskutiert worden ist. Die Asylverfahren müssen schneller sein. Es muss die Zurückführung funktionieren. Du wirst Verträge brauchen mit Drittländern. Das ist ja alles machbar. Das ist ja alles wahnsinnig lieb. Ja, aber machbar. Und insofern so lieb, weil wir uns ja dem Christkind nähern. Und jetzt kann man sagen, jetzt wünsche ich mir da alles Mögliche. Ich schreibe das jetzt auf einen Zettel auf, schicke es ans Christkind, wenn ich Glück habe, liegt es unter dem Weihnachtsbaum. In dem Fall glaube ich, dass du kein Glück haben wirst. Es wird nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen, weil das so schnell nicht geht. Und jetzt kann man natürlich, so wie die Schweiz, sagen wir mal, die Nerven verlieren und sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt ist aus. Man kann auch so, wie der Herr Orban sagen, ich denke nicht daran, irgendjemanden zu registrieren, muss die Frau Edtstadler ja gerne hätten. Aber er sagt, er soll jeden registrieren, der hereinkommt, der sagt, ich denke nicht daran, weil für mich existieren die nicht, weil bei mir gibt es die nicht, die sollen sich widerschleichen. Die kriegen bei mir auch kein Asyl, die kriegen gar nichts, die können am Bahnhofsfahrplatz übernachten, deshalb registriere ich sie auch nicht. Ich sag dir was. Glaubst du ernsthaft, dass die Frau Edtstadler beim Herrn Orban durchsetzen wird, dass der die 100.000 Flüchtlinge, die da durchziehen, registriert wird, nicht einmal die Infrastruktur versuchst? Die hat ja wenigstens einmal irgendwas gesagt. Danach fährt man nach Budapest und fährt nach Belgien und rausgekommen, tut nichts. Außer, dass es jetzt eine Visapflicht für Inder gibt. Aber ich prophezei den Schweiz an Folgendes, die werden ein großes Problem haben. Wir haben das bei uns auch gemerkt. Es hat Leute gegeben, die sind nach Österreich rein und plötzlich verschwunden. Und das waren nicht einmal so wenige. Und so wird es in der Schweiz auch sein. Die werden rein, die Schweizer sagen, du brauchst gar keinen Antrag stellen, du kriegst den am Ende und er wird verschwinden. Und plötzlich ist der in einem Schweizer Tal. Ja, genau. Entweder verschwindet er irgendwo in der Schweiz oder er verschwindet weiter Richtung Deutschland und macht dann dort alles. Vermutlich verschwindet er irgendwo in der Schweiz. Und daher bin ich aber dafür, auch wenn du jetzt meine Vorschläge als Wunscher des Christkind darstellst und es war zu blöd vor dem Christkind Wünsche zu Hause. Wenn man ans Christkind glaubt, so wie du als alter Sozialdemokraten... Nein, du bist ein bisschen übermütig, weil du wirst trotzdem irgendwo konkrete Punkte ansteuern müssen, damit du das wirklich in den Griff kriegst. Weil nur den Hilflosenpreis kriegen oder einfach nichts machen oder nichts tun, das ist einfach zu wenig. Und ich finde, da gibt es selbst eine Nähmung. Von der Westenthaler Radikal-Lösung, dass man sagt, Schluss mit lustig, aus ist Asylstopp, schleichzeit von dem heisst du nicht. Schluss mit lustig, sagen im Prinzip eh schon fast alle, die Frage ist, wie? Ja, indem man sagt, Asylstopp, niemand mehr. Wiedersehen. Genau, und die kommen trotzdem eines, und die sind illegale. Hier nix Platz, Wiedersehen, nix Quartier, nix. Ja, ich bin ja der Meinung, jeder illegale muss zurückgewiesen werden. Dazu muss das Land finden, das ist das nicht. In meinem Fall ist es Ungarn. Die kommen aus Ungarn, es steht bei der Grenze an, er sagt, guten Tag, grüße, du bleibst in Ungarn, du stellst dort den Antrag. Das ist mein Vorschlag. Dafür muss ich aber was tun. Die tun ja alle nix. Er kann aber dort keinen Antrag stellen, weil es dort nicht einmal eine Stelle gibt, wo er einen Antrag stellen kann. Das muss er sich mit dem Orban ausmachen. Das müssen Sie alles mit dem Orban ausmachen, wenn Sie über Ungarn kommen. Wenn Sie über andere Länder kommen, dann müssen Sie das dort ausmachen. Das gleiche wird dann in Rumänien und Bulgarien sein. Ich will mir das dann anschauen, wenn die dann im Schengen-Raum sind und irgendwann werden sie im Schengen-Raum sein, wie wird das dort laufen? Und dieses Zuschauen, Herumreden und Radikalrhetorik, wo nix rauskommt, hilft niemandem. Also der Josef Czapeter versucht eine erstens menschliche, zweitens gesetzestreue Lösung, die sich auch an die Menschenrechtskonvention hält. Und er sagt das, was eigentlich logisch ist, dort, wo die das erste Mal aufgetreten sind, auf europäischem Boden, dazu in seinen Antrag stellen, er lernt seine Liebe zu Ed Stadler zu entwickeln. Das muss ich nur üben. Besonders spannend finde, in der letzten Sendung, dieser Kuss zwischen den beiden plötzlich, wo du sie, weiß ich, wie beschimpft hast, hier ihren Blick, und was, ich will gar nicht erwähnen am Schluss. Sie sagt übrigens nichts Konkretes. Aber jetzt sagst du unglaublich gescheit, was diese Frau sagt. Was meinst du? Nein, ich möchte einmal gerade ein paar Tage vor Weihnachten zurechtrücken, ich setze mich auch für eine menschliche Lösung ein. Na ja. Zwar eine menschliche Lösung für die österreichischen Mitbürger, die wir da haben. Ach so. Ja, genau. Und die stöhnen unter dem, was da passiert, unter dieser Völkerwanderung, die über uns hereingebrochen ist in dem Jahr. Nicht nur jeder, der von Kriminalität, Vergewaltigung, Gewalt irgendwie konfrontiert wurde, sondern auch finanziell. Das Innenministerium wird auch heuer wieder eineinhalb Milliarden Euro Steuergeld nur allein für die Unterbringungsmaßnahmen der Flüchtlinge ausgeben müssen. Das war im letzten Jahr im Budget. Eineinhalb Milliarden Euro. Und das Ministerium der Frau Gewessler und das Finanzministerium wird acht und halb Millionen Euro Klimabonus und Asylanten ausschütten, die wir auch woanders besser brauchen könnten. Ja, warum sollte er sich in der Schweiz verstecken? Niemand versteckt sich in der Schweiz. Der geht auf ins Nachbarland Österreich. Weil wenn er da hereinkommt und sagt Asyl, kriegt er ein schönes warmes Platz, kriegt einen Klimabonus, kriegt Bundesbetreuung, kriegt Mindestsicherung. Zahlen ihm sogar den Strom. Später kriegt er Familienbeihilfe, fährt gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist ja wie in Wien, wo ja alle willkommen sind, seit es den Ludwig gibt. Er überhaupt alle herholen will, der auch gegen diese Schengen Geschichte massiv ist. Da ist ja auch eine ungeklärte Geschichte. Was ist, wieso sagt der Ludwig, alle sollen für Schengen sein und die SPÖ sagt wiederum dagegen. Also, was ich damit meine? Mein Herz und meine Menschlichkeit schlägt einmal in erster Linie für die österreichische Bevölkerung. Also du sagst, wir müssen Schweizer werden und wir sagen Stopp. Ja, natürlich. Wir sagen einfach Stopp. Und es geht auch relativ... Wie soll das funktionieren? Weil der sagt, du kannst leicht sagen, aber du bist irgendwie ein bisschen ein Schaumschläger. Ja, genau. Du sagst irgendwas, ich sage das ja nichts mehr. Ich sage das seit irrsinnig viel Sendungen. Naja, schon, aber warum können Sozialdemokraten in Dänemark, warum bringen sie die zusammen? Warum schafft es der Orban, dass er nicht 100.000, sondern nur 50 Asylanträge hat? Weil er sagt, bei mir bleibt keiner, bei mir kriegen sie auch nichts. Dänemark hat nicht Ungarn. Warum öffnet jetzt Großbritannien in Ruanda ein Aufnahmezentrum für alle Flüchtlinge, die da kommen? Das setzt sich jetzt und sofort im Flugzeug. Ruanda, da können sie ein Asyl an. Im Flugzeug gehen 100 Leute rein. Ja. Die sind immer mal realistisch. Na und? Entschuldigung. Bei uns kommen 800 am Tag her. Die müssen jeden Tag auf Flugzeuge sein. Es ist ja immer Ursache und Wirkung. Wenn ich als Regierung in die Welt hinaus posaune und um das geht es mir. Österreich macht einen Asylstopp. Punkt eins, es kommt keiner mehr rein, es gibt kein Asyl mehr. Punkt zwei, wenn er zu uns kommt, gibt es auch nicht diese Sozialkudys, die Sozialleistungen, Klimabonus. Natürlich, es gibt kein Quartier. Und zweitens, das Erste, was ihr abgibt, ist einmal ein Handy, um zu kontrollieren, über welches Land hat es kommen, damit ihr wieder in das Land zurückgeschoben werdet. Das Zweite ist, alle Verfahren, die da stattfinden, Zollzweig selber wird ja mal ja Geld komischerweise eingesteckt. Das sind keine Arme, die da zu uns kommen. Es sind alles nur Männer, die versuchen bei uns, es sich besser zu stellen und dieses Recht haben sie nicht, besser zu stellen auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Wenn wir das machen, ziehen sie alle nach Deutschland. Dann machen sie einen Riesenbogen an uns und dann sollen sie die Deutschen... Ja, sie machen keinen Bogen, sie marschieren einfach durch, so wie man es ja 2015 schon erlebt hat. Da kriegen sie sogar alles Korte, wenn sie da durchmarschieren. Hauptsache, sie bleiben nicht bei uns. Aber wo ist jetzt der Unterschied in den beiden Positionen? Nein, aber es ist ein elementarer Unterschied. Na Moment, die Dänen haben als Nachbarland Schleswig-Holstein sonst nichts. Jetzt stellt sich die Frage nicht mit Ungarn. Das ist einmal Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ich die Grenze schließe und sie zur Ungarn sozusagen zurückschicke, von mir schaue ich auf ihr Handy und sage, oh, du warst in Ungarn. Also zack, zurück. Damit ist das eh das, was du gerade vorhin gesagt hast. Ah ja, aber du musst das machen können. Aber der Unterschied ist ja, wenn er an den Polizisten vorbeikommt beim zweiten oder dritten Versuch, kommt er dann in einen Bus und wird in ein Asylzentrum gefahren und kriegt ein Quartier oder kriegt er so wie in Zukunft in der Schweiz kein Quartier mehr, keine Annahmestelle, nichts und kann ebenfalls einen Bahnhofsfuhrplatz übernachten. Die Wahrheit ist, dass er nicht schon kein Quartier groß ist. Der hat Zölte aufgestellt, die sind in wirklichen Hallen. Natürlich kriegt er derzeit. Aber das geht so gar nicht. Das muss dann der Grenze klären. Und ich finde, das ist eine nationalstaatliche Aufgabe und das ist auch klärbar. Also verstärkter Grenzschutz und Tschab und Edtstadler lieben sich jetzt und Tschab ist für das Edtstadler-Modell. Tragt euch dort ein, wo ihr herkommt, gefälligst. Nein, soll ich da was sagen? Die Edtstadler hat im Gegensatz zum Nähmermer endlich was Kritisches zum Orbán gesagt und diesen einen Punkt habe ich hervorgehoben. Sonst habe ich mit der Edtstadler nichts gemeinsam. Echt? Nein. Und der Peter Westenthaler sagt aber, es reicht. Schluss mit lustig. Es heißt Asylstopp und das heißt, es gibt nicht einmal mehr Annahmestellen in Zukunft. Nein, Ausreisestellen gibt es. Aber keine Annahmestellen. Nein, keine Annahmestellen. Ausreisestellen, wie das der Keckel gemacht hat. Er hat Ausreisestellen. Da haben sie immer geschimpft damals. Heute ist es völlig richtig. Da schreibe ich so ein Schüttel drauf. Ausreisestelle. Wenn einer über die Grenze es doch schafft und an der Grenze vorbei und die Grenzwächter vorbeikommt und er wird in die Grenze Ausreisestelle und dort wird er dann verschickt nach Rwanda oder irgendwo zum Aufnahmezentrum. Und dort kann er seinen Asylantrag stellen. Ist er gerechtfertigt? Müssen wir nehmen. Nur wir wissen nicht, dass alle, die da kommen, haben keine Berechtigung. Das ist natürlich schon die extrem brutale Variante. Aber was ist brutaler? Was ist brutaler? Haut es die Menschenrechtskonvention in dem Ministerium? Nein, wir sind ja verpflichtet, wenn er wirklich ein Asylant wäre, wenn er den Kriterien entspricht, müssen wir ihn ja einnehmen. Das ist ja die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlinge kommen. Wenn heute ein Flüchtling aus der Ukraine zu uns kommt, sind wir verpflichtet, ihm einen Unterschlupf zu gewähren und ihm zu versorgen. Ja, durch Polen etc. Nein, aber da bin ich anderer Meinung. Das sind Konventionsflüchtlinge. Die sind eindeutig von der Konvention erfasst, aber der Afghane, wo eben derzeit kein Krieg herrscht, oder der Libyer oder der Syrer, die sind bei uns nicht berechtigt. eine Ursache fragen. Drittstaatsregelung. Da kommen iranische Frauen, die jetzt gerade kämpfen, dass sie keine Kopfschmerzen haben. Oder afghanische Frauen. Oder afghanische Frauen. Ja, die bist du verpflichtet. Die gerade von den Taliban aus den Universitäten in den USA. Die haben einen Anspruch auf Asyl. Das sage ich ja. Ich behaupte ja nicht, dass... Also eine afghanische Frau hat einen Anspruch auf Asyl. Ja, die schafft halt keine zu uns. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie hätte eine. Aber natürlich hätte es eine, wenn man in einem Asylverfahren, Entschuldigung, wir sind ein Rechtsstaat, wenn man in einem Asylverfahren nachweisen kann, dass man verfolgt wird. Also iranische Frauen haben einen Anspruch. Ja, natürlich. Afghanische auch. Letztlich die Männer auch. Die werden ja gerade hingerichtet und aufgehängt. Es ist ja, es ist letztendlich kommt bei Westenthaler gelegentlich noch die menschliche Seite durch. Aber im Prinzip Hauptsächlich für die Weihnachten. Hauptsächlich für die Westenthaler. Im Prinzip man da Weihnachten hin, Weihnachten her. Es ist Schluss mit lustig Asylstopp. Das war die erste Runde. Gehen wir in eine kurze Werbepause und dann fragen wir uns, gibt es auch bei der SPÖ jetzt einen Asylstopp? Oder werden Burgenländer noch aufgenommen? Wir sind gleich wieder da. Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Wir haben gerade über die Asylwelle gesprochen, die über Österreich hereinbricht. Es gibt auch so etwas wie eine politische Asylwelle. Die Burgenländer wollen plötzlich die Löbelstraße als Flüchtlingsquartier erobern. Da habe ich den Eindruck. Der burgenländische Landesgeschäftsführer Fürst ist sein Name. An und für sich noch nicht sehr bekannt gewesen bis jetzt. Aber jetzt spielt er sich offenbar in die allererste Liga der politischen Intrige. Er hat in den letzten Tagen gesagt, also für ihn ist das völlig klar, die SPÖ kann nur der Beste in die nächste Wahl führen. Dafür sollen die Mitglieder einmal sagen, wer der Beste ist und der soll es dann übernehmen. Er hat sicherheitshalber schon Umfrage gemacht, wie wir wissen. Der Beste ist der Tosco-Ziel. Er will es aber, bitte? Ach so. Zufälligerweise. Zufälligerweise. Aber er will es jetzt genau wissen und will jetzt, dass die SPÖler das machen. Josef, wird dir eigentlich schlecht, wenn du dir das anschaust? Deine Partei seit Kreisky-Zeiten. Ein wirklich geeinter Verein. Lange Zeit Kanzlerpartei. Dann haben sie angefangen zu streiten, die Roten Hirseln und haben den Feimann da am 1. Mai hinausgeputscht. Es tut einem bis heute noch leid, weil jetzt haben sie nämlich das Kanzleramt verloren. Der Herr Kern, der da überfallswaltig hineingesetzt wurde, konnte es in der kurzen Zeit nicht verteidigen, muss man sagen, was immer man von ihm hält. Also ist es vorbei. Schluss mit lustig. Jetzt sitzt dort Türkis und Blau oder Türkis und Grün. Die SPÖ schaut durch die Finger. Jetzt gab es ähnliche Umfragen, wo man sagt, die sind wieder auf Platz 1. Die können wieder gewinnen. Die Pamela kann erste Kanzlerin werden. Und jetzt kommt da im ausgetrockneten Neusiedlersee ein Schlammschlachtkrieger aus dem Neusiedlerseeschlamm hervor und schießt mit seiner Pumpgun in Richtung Pamela, jetzt hätte ich fast Enderson gesagt, Pamela, rein die Wagen. Was ist da los, bitte? Also bin ich begeistert von deinem Anteil Optigeninteresse. Ich muss ja für den Zuseher ungefähr das kürzlich. Und das Zweite ist, ich finde, das Allereinfachste wäre und das ist auch ein Bedürfnis bei den Mitgliedern und Mitarbeitern, sämtliche Akteure, die da jetzt gerade einen Richtungsstreit und der ist legitim. Der ist legitim. Und der Richtungsstreit, nein, der politische Richtungsstreit ist schon legitim. Deswegen hat ja die Pamela und die Wagner bei dir in dem Interview gesagt, jetzt kommt die Migration in den Zentrum neben der Teuerung, jetzt müssen wir gegen die illegale Migration, wir haben da 9000 oder 100.000 Asylwerber, da muss man was machen, das ist zu viel. Das ist jedenfalls etwas, womit man die Chance hat, den ersten Platz auch in den Umfang wieder zurückzubekommen, weil davon profitiert manchmal dann aktuell gerade der Kickl. Der profitiert exakt von diesem Thema. Aber von dem hört man nichts mehr, sondern man hört nur noch wie der Herr Tosko Zild, der Neusiedlerseekrieger, gegen die arme Pemmelerin, die Wagner, die sich in der Löbelstraße nur noch verschanzt, das Dauerfeuer ist. Ja, und ich sage dir, das Allerheilfraste ist, man nimmt einen ganz großen Raum, da hat er ihr Erfahrung, auch nicht unbedingt, obwohl das eine sehr schöne Gegend ist. Stadthalz, Stadthalz. Ja, man stellt einen großen Raum und alle Akteure kommen da zusammen und dann das bei verschlossener Tür einmal ausreden und sich dann für eine Richtung entscheiden. Mein Richtungsvorschlag ist, es muss eine Kombination aus linker Mitte, rechter Mitte geben. Und das muss ich sagen... Wer ist die linke Mitte, die Pemmelerin? Nein, eine Person, die kandidiert, muss beides können. Das ist dann der Toskosil. Ich glaube, das muss man sagen... Der Einzige, der auch rechte Mitte ist. Die Wagner kann es ja nicht als rechte Mitte. Nein, der Toskosil, ja, der ja gesagt hat... Linke Mitte und rechte Mitte. Ja, genau, Toskosil, ja, das hat er ja schon bewiesen. Die Rende nach dem Interview bei dir, wo sie sozusagen die rechte Mitte mit der Migrations- und Teilungsfolge aufgemacht hat, du nicht dein eigenes Interview drunter machen. Das war ja nicht rechte Mitte. Das war schon rechte Mitte. Rechte Mitte ist, wenn man sagt, ich kann mir vorstellen, mit der FPÖ zu koalieren. Das hat sie in dem Interview auch drinnen gehabt. Sie hat in dem Interview drinnen bei sämtlichen Koalitions... Muss ich mir noch mal anschauen. Darf ich mal kurz das so ehrlich sagen? Bei sämtlichen Koalitionsvarianten haben wir eine Tabelle, eine Ethik, eine Politik- und Ethiktabelle und nachdem wird entschieden, mit welchem Partner wir Koalitionen machen. Das hat sie gesagt. Das weiß ich. Das hat auch der Peter Kaiser damals gemeinsam mit anderen entwickelt. Und ich finde, nach der Linie hat sich jetzt die linke Mitte die rechte Mitte. Der Josef Kallener bei dir hat das ja beschrieben, was diese Mischung aus linker und rechter Mitte ist. Der berühmte Meinungsforscher. Und da kann man im Endeffekt dann, und das sind sie ausdiskutieren, das ist mein Vorschlag, so hätten wir das früher gemacht. Das heißt, du willst so als eine Art Sternsinger zwischen denen vermitteln? Nein, ich will vor allem... Wenn du es da antwortest, jetzt wirst du Sternsinger sein. Ja, ja, okay. Aber ich brauche kein König sein, es genügt nur der Stern. Der Stern. Ich bin der Meinung, der Stern erleuchtet. Der Stern nach Peter. Er erleuchtet. Und wenn man zusammenkommt, dann kann man unter Umständen das machen, was viele jetzt bei den Mitgliedern und der Bevölkerung sagen, was ist da los? Reden die nicht miteinander, treffen sie die nicht miteinander. Und die wollen haben, dass die zusammenkommen und das ausreden. Und das finde ich das aller Gescheiterste. Das ist so einfach in Wahrheit. Aber wenn du jetzt so weitermachst, dann bastel ich mir noch schnell eine Krippenfigur und stellst am Heiligen Abend von dir nämlich in die Krippe hinein. Von ihm so eine Krippenfigur, der alles befriedet. Oder du machst den Krippenfigur als Ochs. Nennen wir die Dinge beim Worten. Was sich derzeit in der SPÖ abspielt, ist die Vorbereitung einer innerparteiligen Revolution. Das ist einfach so. Nein, nein, nein. Selbstverständlich. Hatte man noch geglaubt vor ein paar Tagen oder Wochen, wie diese Umfrage lanciert worden ist? Er ist der Beste, der Schönste und überhaupt. Er hat 35 Prozent, Herr Droskuzil. Dass das vielleicht ein kommunikationspolitischer Unfall war. Ein paar Naive hat es ergeben, die das geglaubt haben. So ist jetzt, knapp vor Weihnachten, noch eins draufsetzen mit der Forderung von dem Fürst, von dem du nie gerufen wirst, im Burgenland von diesem siebten Zwerg von links, das hat eine Idee erfunden. Das ist eine Idee vom Droskuzil und vom Kern. Die beiden schmieden doch im Moment diese Revolution. Und das jetzt noch einmal, knapp vor den Feiertagen, wo schon die Bundesparteizentralien... Droskuzil und Kern. Ja, selbst Kern ist der Berater des Droskuzils. Das wissen wir alle, das ist unbestritten. Und in der Löbelstraße sind schon die Lichter der Obdraht, da sind schon Weihnachten und die haben gesagt, so eins hängen wir jetzt noch ein, damit sie was zum Denksport über die Weihnachtsfeierkauf haben, nämlich eine Mitgliederbefragung, wer soll Spitzenkandidat werden und nicht besser sein. Eine Mitgliederbefragung über einen Spitzenkandidaten öffentlich zu fordern, ohne die Parteichefin da einzubinden, ist eine Kampfansage innerparteilich. Da sind wir uns doch klar. Das ist nicht irgendwie Taktik und geblendet. Na voll, wurde ich ja schon auch nicht gemacht. Genau, das ist eine Kampfansage und das wird weitergehen. Die SPÖ, ich weiß nicht... Das heißt, innerparteiliche Revolution, sagst du da, in der Mitte des Jahres 2003. Ja, und zwar schneller, als wir das alle glauben. Das wird im Jänner weitergehen, Februar, das wird sich, bis es zum Clash dort kommt. Und was ist dann der Clash? Die Agenda des Kern und Doskozil lautet, Doskozil muss Spitzenkandidat werden. Und wenn es der Doskozil nicht wird, dann der Kern. Das ist ja ganz einfach. Also der wieder helfen. Nein, nein, jetzt lass mich rein. Ja, bitte. Sag bitte, was wird der Clash sein? Der Clash wird sein, Sie haben es jetzt zwei oder noch länger probiert mit einem Sturmreifschießen der Parteichefin, dass sie das Handtuch wirft. Sondern das macht sie aber nicht. Dafür zahle ich ihr Respekt. Sie hat eine Stärqualität. Sie ist eine Löwin. Ja, ja, sie hat Stärqualitäten. Das heißt, diese Strategie ist schiefgegangen. Das heißt, jetzt wird es zugespitzt auf eine Mitgliederbefragung. Also jetzt lassen wir die Mitglieder abstimmen, weil offensichtlich im Hintergrund schon Gespräche laufen. Aber das muss ja mehr ein bisschen schließen. Naja, Moment, dass diese Mitglieder natürlich auch den richtigen wollen, nämlich den Tosco-Ziel. Wie das funktioniert, kann es der Schule plaudern, wir haben selber in der eigenen Partei in Knittelfeld mit. In welcher Partei? Ich kann da die Telefonnummer von der Halle in Knittelfeld geben. Da kann ich da genau diese Vorgänge, wie es ist, dass von denen... Du willst ja die Halle in Knittelfeld sagen. ja, das ist berühmt geworden, ist ein wunderschönes Städtchen. So kurz vor Weiner Geschmacklug. Nein, aber das muss man einfach so nüchtern sehen. Jeder politische Beobachter weiß das, dass sowas ausrichten, bei einem Amtierenden, das ist eine Kampfansage. Aber wie soll denn das funktionieren? Erklär mal, wie soll so eine Mitgliederbefreiung stattfinden, wenn die Randy Wagner das nicht will, wenn der Ludwig das nicht will, wenn der Niederösterreicher das nicht kann? Weil der braucht es von der Niederösterreich-Wahl wie ein Gurken im Knie. Also wer soll... Welche Mehrheit soll das unterstützen? Nein, das kommt eh nicht. Das ist ja nicht der Punkt. Das geht nicht darum, dass es kommt, sondern es geht... Nein, es kommt keinem. Nein, wir sind doch... Deswegen sitzen wir da Insider. Wir wissen, wie das geht. Was heißt denn das, wenn aus dem Burgenland der Tosko zählen, wo halt nicht der Fürst, der Tosko zählen... Ich will, dass die Mitglieder in Stimmen über... die Mitglieder, die Basis abstimmt über den Spitzenkandidaten, über die Parteichefin. Weißt du, sagt die Parteichefin oder der Ludwig oder irgendwer, ich bin dagegen, dann stemmen Sie die ja gegen die Parteimitglieder. Das heißt, die wollen eine Aussage haben, Pemmela Rendi-Wagen... Die Parteimitglieder haben ja schon abgeschrieben. Schwierig ist immer, wenn man Gedanken nicht zu Ende führen kann. Bitte, entschuldige. Wenn in der öffentlichen Kommunikation ein burgenländischer Parteabmann, wie das der Tosko zählen ist, über seinen Atlatus, fordert eine innerparteiliche Abstimmung. Wo genau weiß, die kommt nicht, weil er kann es ja gar nicht umsetzen. Aber die amtierende Parteichefin sagt, das mache ich nicht, ist ja die schon Zweite, weil sie damit sagt, ich lasse das Parteivolk die Mitglieder darüber nicht abstimmen. Und der Toskozil hat gewonnen, weil er ist der Mann der Basis, die Rendi ist nicht die Frau der Basis. Das will er damit erreichen. Das heißt, was er im Moment macht, nach Phase 1, Sturmreif schießen der Parteichefin, ist jetzt Phase 2, die Parteichefin von der Basis zu entkoppeln. Das ist der Sinn dieser Übung. Und Phase 3? Das macht er jetzt zwei, dreimal. Und Phase 3 ist dann der offene Feldkampf. Das ist die offene Feldschlacht, die dann an irgendeinem Parteitag endet, weil es sein muss. Weil ja jeder von den Vernünftigen, die bei diesem Match zuschauen, zum Schluss kommen muss, ich kann ja nicht einen so inzerstrittenen Haufen in einen Nationalratswahlkampf schicken, der ja schon am Horizont ja schon auftaucht. Der kann ja schon sein, am Ende des Jahres des nächsten oder am Anfang des übernächsten. Das heißt, es wird da zu einer Auseinandersetzung kommen, die unvermeidbar ist und die eine Gruppe auf jeden Fall will, das ist Burgenland. Josef. Ich glaube, entweder tut er schon an Modellen arbeiten, um das eventuell einmal in der FPÖ auszuprobieren, wie eine innerparteische Repräsentation funktioniert. Es gibt noch eine Möglichkeit. Nein, es gibt da schon Stimmen, die den Kickl nicht wollen. Das weiß ich nicht. Deswegen hat eine 91-Prozentin-Partei da gemacht. Nein, nein, das sagt noch gar nichts. Und die Rendi-Wagner 75. Das sagt gar nichts. Aber jedenfalls, du tust da gerade an Modellen basteln und möglicherweise wird das nicht bei uns schlagend werden, sondern bei dir. Ich glaube nicht. Nein, ist ja egal. Der hat 30 Prozent. Ich mische mir auch nicht ein. Das müsst ihr euch sozusagen ausmachen. Ich bin jedenfalls der Auffassung, dass hier kein Bedarf ist, irgendwie was jetzt anzugehen. Wir haben in zwei Jahren Wahlen. Wer weiß, wie das weitergeht von der Themensetzung, von den Umfragen, von den Personen. Du sagst in Tosko-Zilkusch jetzt. Nein, ich sag ganz was anderes. Ich frage mich, was meint eigentlich, und da hat er einen Punkt oder auch gerettet, den ich auch anreden wollte, was sagt eigentlich der Berater des Tosko-Zilk-Röss? Der Kern. Was sagt der? Weil der war immer im Bundeskanzler, tritt immer wieder auf in der Öffentlichkeit. Der hat ja selber die Rendi-Wagner teilweise extrem brutal attackiert. Der hat eine Rechnung. Der wirkt nicht so, als würde er sich derzeit pro Pemmel ausmachen. Nein, muss er nicht. Der hat eine Rechnung. Und das geht es ja gar nicht. Die Frage ist im Endeffekt, macht es der Tosko-Zilk, was er gerade macht, wenn er es macht, wenn es wirklich er ist und er das weiß oder er lässt es nur machen oder es passiert und er will es gar nicht so, wie es passiert, dann ist die Frage, für wen ist das alles? Die Frage stellt sich schon auch. Ja, ja. Ja, natürlich. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren die anderen Bundesländer? Da gibt es ja unterschiedliche Reaktionen darauf. Wie reagieren die Mitglieder? Wie reagieren die Bevölkerung? Wie gehen die Umfragen weiter? Aber du willst Friedensengel werden. Ja, weißt du, es gibt aber noch eine Lösung. Die habe ich vergessen. Der zweite Exit, der Tosko-Zilk hat einen zweiten Exit, der, glaube ich, parallel dazu vorbereitet wird, der sagt sich, wenn man sich lang ärgert, dann sage ich Tschüss und mache eine eigene Tosko-Zil-Partei. Auch das ist nicht auszuschließen. Auch das hört man im Burgenland. Auch dieses Modell gibt es. Und wenn so Leute wie Zeiler auftreten und sich bemüßigt fühlen, Landeshauptleute damit zu beschimpfen, sie seien keine Sozialdemokraten. Und Zeiler hat das gesagt, in einem Fernsehauftritt. Das ist ja nicht ganz falsch. Der Zeiler hat gesagt, Tosko-Zil ist kein Sozialdemokrat. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was dann Sozialdemokraten ausrichten kann. Würde ich auch sagen. Der noch da zur Landeshauptmann ist. Da war mir einer Frage gesagt, ja, da fliegen die Hageln, da fliegen heute, der ist schon ein Sozialdemokrat. Aber das ist wahrscheinlich eine Klinikste. Es ist einfach, das beert jeder Grundlage, diese Aussage vom Zeiler. Weil der natürlich einer ist. Und weil der teilweise in linkere Maßnahmen gesetzt hat, als so manche andere es jemals gesetzt haben. Also das ist absurd. Absurd. Aber das muss der Zeiler vertreten. Es ist sein Kaffee, er sagt als Privatmann. Das ist ja nichts anderes. Aber wir sind alle einig. Schluss dieser Debatte, wenn ich das hier als Moderator sagen darf. Er kann das ja in der SPÖ leider nicht so leicht sagen. Schluss der Debatte. Schwamm drüber. Schluss der Debatte, lieber Peter Westenthaler. Erstens. Kann der Tosco-Ziel überhaupt Wahlkampf in seiner gesundheitlichen Verfassung? Zweitens. Könnte er die Wahl gewinnen? Im Gegensatz zu Pemmela, die es offenbar gegen einen Kickl nur schwer kann. Und drittens. Könnte er dann Kanzler werden? Weil vielleicht der Kickl sagt, bin ich zwar Erster, aber will unbedingt eine Regierung haben. Also lasse ich einen Tosco-Ziel als zweiten Kanzler machen. Nehmen wir das Finanzministerium, das Innenministerium und diese Dinge wieder. Also zur ersten Frage, die ganze Gesundheitskiste. Ich wünsche ihm echt totale Genesung und alles, alles Gute. Ich weiß aber auch, wie brutal so ein Medienwahlkampf ist mit Dutzenden, Hunderten Fernseh- und Radioauftritten und du musst da einfach in guter Kondition sein. Wenn er das ist, ist es in Ordnung, aber das muss er selbst entscheiden. Ich habe großen Respekt, wie heroisch er die letzten Monate, Jahre mit seinem Stimmproblem das trotzdem geschafft hat, Politik zu machen. Hut ab. Ob es reicht für Spitzenkandidat oder bei der Nationalratsrats, kann nur er entscheiden. Da mische ich mich nicht ein. Das Zweite ist, ich glaube nicht, dass ich, selbst wenn jetzt Tosco-Ziel statt Rendi-Wagner Parteichef in der SPÖ wäre, dass sich dramatisch etwas ändert. Er würde zulegen, ja, aber die Bevölkerung ist derzeit in eine Richtung unterwegs und das ist Kickl. Bei 30 Prozent der Umfrage. Es hat aber schon einmal in genau derselben Situation, da hatte die FPÖ sogar 34 Prozent, ist auch so ein Putsch-Überflieger aufgetaucht, hieß damals nicht Tosco-Ziel, sondern Kurz, hat der FPÖ aus dem Kopierer die ganzen Unterlagen gefladert und dann mit einem FPÖ-Wahlkampf die Wahl gemacht. Ja, aber das war eine andere Zeit, muss man auch sagen. Diese Dreifachkrise, die wir in diesem Jahr gehabt haben, Corona-Teuerung, Asyl, wo der Kickl in allen diesen drei Fragen eine ganz, ganz konkrete, eine, nicht gewogelt hat, sondern immer eine gerade Linie. Kann man Kanzler werden mit Kicklshilfe? Das Partei. Kanzler wird der, der stärkster wird in dem Land. Ich sage jetzt was ganz Furchtbares. Schreibt es die ÖVP nicht ab, Leute. Denn die haben nämlich eine Reservefigur, die heißt Brunner. Das ist der Finanzminister. Und der Brunner hat das Konzept, er ist Kurz plus Wirtschaftskompetenz und wird versuchen, dass er die Wähler, die sie verloren haben, wieder zurückzuholen, damit er sozusagen zumindest die SPÖ überholt oder überhaupt erster wird. Und das ist das, wo beim Nehammer die Sounduhr immer dünner und schneller wird, weil im Endeffekt ist der Brunner die Alternative. Also du sagst Brunner, ich sage das Konzept, er sagt Kittel. Brunner kann dann schwarz-braun werden. Alles ist möglich in dieser Republik im nächsten Jahr. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Und weil er jetzt gerade Brunner gesagt hat, wir haben ja heute erfahren, dass unsere Regierung die aller, allerbeste ist und wir begnadet, weil nur die Luxemburger kriegen mehr Geld als wir. Wir sind gleich wieder da. Ja, wir sind am Mittwochabend angelangt beim Schlussduell zu Fellner Live, Peter Westenthaler, Josef Tschapp. Es ist das letzte aktuelle Duell in diesem Jahr, aber die beiden Herden werden ab nächsten Sonntag jeden Abend im Studio sein, immer um 21 Uhr, immer eine Stunde und auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise das Jahr 2022 anhand der spannendsten Menschen Revue passieren lassen und es analysieren. Ich kann nur sagen, schauen Sie sich das an, es zahlt sich aus. Ich kann es beurteilen, weil ich bin der Moderator. Ich sitze dazwischen und schweige ausnahmsweise hochachtungsvoll. Jetzt aber, naja, definitiv. Aus dem ist Gold und Schirch draußen. Jetzt aber kommen wir zum vorletzten Thema dieser Sendung. Wir hatten heute einen großartigen Auftritt unserer Regierung nach dem Ministerrat. Karl Nermann hat uns erklärt, wir haben die beste Regierung der Welt. Es war ein großartiges Jahr für Österreich, ein großartiges Jahr dieser Regierung. Werner Kogler, wir haben mit Interesse festgestellt heute, dass er noch lebt, das gibt er noch, sogar bester Laune, hat gesagt, also sowas hat er überhaupt noch nie erlebt, so eine freundschaftliche, vertrauensvolle, liebevolle Zusammenarbeit wie in dieser Regierung hat es in seinem politischen Leben noch nie gegeben. Und dann sind die zwei aufgetreten und haben gesagt, es ist unfassbar, wie viel Geld diese Regierung jedem Österreicher pro Kopf in der Teuerung schon bezahlt hat. Nur Luxemburg hat mehr, wenn ich das jetzt irgendwie auswendig im Kopf habe, es sind über 4000 Euro pro Bürger. Das heißt, Peter Westenthal muss jetzt rasch ein Aschekreuz machen und sagen, mehr Kulpa, das habe ich nicht gewusst, dass das so viel Geld schon an alle Österreicher überwiesen haben. Das Schlimme ist, die glauben das wirklich. Ja, die glauben das. Ich frage mich nur, von welchem Land die sprechen. Ich war vorgestern beim Hofer einkaufen, ob man da jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich habe mir das deshalb gemerkt, weil ich bin in einer Schlange bei der Kasse gestanden, die Leute gehen halt jetzt viel einkaufen und vor mir war ein Mann, ein älterer Mann, ein bisschen schon gekrümmt in einen Wintermantel und hat dort in seinem Waagerl ein paar Produkte gehabt für das tägliche Leben. Die hat er auf dieses Bandl gelegt, dann ist das durchgerauscht, dann hat er seinen Rechnungsbetrag gekriegt, dann ist er hingegangen und hat ein Flaschen Mineralwasser und den Leibbrot wieder zurückgenommen und hat gesagt, Entschuldigung, ist zurückgegangen und hat das wieder eingelegt in das Regal, weil er es sich nicht mehr leisten konnte. Ein Kilo Brot und Mineralwasser, den Rest, ein bisschen Butter und was er da gehabt hat, den hat er zahlen können, weil er hat ins Geld besser vorher reingeschaut. Und wenn man dann die Regierung sagt, in Zeiten wie diesen, wo das nämlich kein Einzelfall ist, sondern wo das jeden Tag passiert, es geht den Menschen so gut, dann hat sie nicht mehr alles. Tut mir wirklich leid. Die haben vergessen, wie es den Menschen in dem Land geht und sie haben das ganze Jahr lang in dieser Teuerung auch noch dazu etwas gemacht, was besonders verwerflich ist. Sie haben den Menschen versucht, Hoffnung zu machen mit Hilfszahlungen, die entweder gar nicht oder nur sehr sporadisch angekommen sind. Erinnern wir uns alle an einen 4.000 Euro pro Kopf? Ja, ja, erinnern wir uns an einen Energiekostenzuschuss, mit dem hat es nämlich angefangen in dem Jahr mit 150 Euro. Jetzt kommen wir zum Jahresende und die Menschen kriegen ihre Jahresabrechnungen, wo eigentlich diese 150 Euro abgezogen werden sollen. Wir schicken die Menschen die Rechnungen, wo sind die 150 abgezogen? Nirgends. Den gibt es nicht, diesen Energiekostenzuschuss. Entweder ist da was schiefgegangen mit den Energieunternehmungen, der wird nicht abgezogen. Was ist mit diesen berühmten 500 Euro pro Pensionisten Teuerungsausgleich? Hat man gesagt, 500 Euro Einmalzahlung. Alle Pensionisten unter 1.200 Euro und das ist die absolute Mehrheit, hat nur einen Bruchteil davon überhaupt geschehen. 100, 50, 200 Euro. Was ist mit dem Klimabonus den zigtausend der Österreicher dieses Jahr überhaupt noch nicht gekriegt haben? Die schreiben, was ist los, warum kriege ich den Klimabonus nicht? Was ist mit dem 2.000 Euro Pflegebonus, wo wir für die Pfleger klatscht haben noch in der Corona-Krise? 2.000, haben sie nicht dazu gesagt, dass es brutto ist? Bleibt über 800, 900 Euro, mehr ist es nicht. Nichts 2.000 Euro. Und jetzt am Schluss kommen sie vor Weihnachten und sagen, wir geben euch 450 Millionen Heizkostenzuschuss. Wir haben das letztens ausgerechnet, also das sind im Schnitt zwischen 200 und 300 Euro, zwischen 200 und 300 Euro für Haushalte, die in dem ganzen Jahr zwischen 3.000 und 5.000 Euro mehr gezahlt haben. Also 10% zahlen sie zurück. Und das ist dieses Herzlose. Diese Regierung ist herzlos, empathielos und glaubt selber noch, dass sie Gutes getan hat. Und wir haben eine Armut in dem Land, wo mittlerweile zweieinhalb Millionen Haushalte verarmt sind. Das geht bis in den Mittelstand. Wenn die jetzt eine Statistik vorlegen, dass wir nach Luxemburg das höchste Teuerungsausgleich pro Grupp haben. Dann ist das gelogen, weil er nicht ankommt. Die kann das beweisen. Die Menschen, die Bevölkerung kann es ja beweisen. Die Bevölkerung ist ja der beste Zeuge, denn die haben ja die Rechnungs, die haben Abrechnungen. Die schicken mir das alles. Die schicken euch, die schicken das ja jedem. Die schicken es auch an die Ministerien, nur sie kriegen dort keine Antwort, weil die Ministerien gar nicht antworten können. Sie schicken es den Energieanbietern, wo wir vor vier, vor fünf, vor sechs Fachungen der Strom- und Gaspreise, Heizungskosten haben. Also ich muss sagen, eine Regierung, die sich jetzt knapp vor Weihnachten, wo sich die Menschen das Weihnachtsfest nicht einmal leisten können und in kalten Wohnungen sitzen, auf die Schultern klopft und sagt, wir waren so gut. Furchtbar, grausam, herzlich. Josef. Ähnliche Erlebnisse erwischen. Dadurch, dass wir zwar bekannter sind, wird man angesprochen beim Pillar, um einmal einen anderen Handelskett oder beim Spar zu nennen und da kommt das Gleiche. Das ist einfach wirklich knapp. Und manche fragen mir die ganze Zeit, wo ich kriege es? Wo muss ich hingehen? Wo kann ich mich beschweren? Wieso kriege ich es nicht? Also es ist unglaublich. Ich bin aber trotzdem der Meinung, eine Einmalzahlung ist besser als keine Zahlung. Und für viele sind auch 200 Euro, 300 Euro. Wenn man es kumuliert, bei manchen ist es sogar mehr. Ja, ist auf alle Fälle besser als sie kriegen. Überhaupt nichts. Das, was mich stört, ist oft, dass die soziale Differenzierung fällt. Dass Dinge ausbezahlt werden, wo egal welche Einkommen, welche Vermögenslage, alle das Gleiche kriegen. Das ist etwas, was ich irgendwie befremdlich finde. Oder dass darüber nachgedacht wird, und wo treibe ich, was mache ich eigentlich mit den 40.000 Haushalten, die 700 Milliarden Euro Vermögen haben? In welcher Form auch immer. Wieso gibt es so keine Überlegungen? Jetzt ist das hässliche Wort Erbschaftssteuer, das hässliche Wort, wie man da am Grundsteuer oder sonst was. Ich finde, das ist etwas, wo man von der sozialen Gerechtigkeit her einen Beitrag leisten könnte, und das kommt in der Regierung nicht vor. Die Arbeiterkammer hat heute Nachbesserung bei den Förderungen. Natürlich. Stimmt das? Ja, und es kommt noch was da. Wie viel soll es sein? Die werfen vor, in Wahrheit, dass es Förderungen, Überförderungen gegeben hat, die Nationalbank, in einem gigantischen Ausmaß, wo schon seit der Covid-Förderung Milliarden ausbezahlt wurden an Firmen, an Leute, die das gar nicht brauchen, die es trotzdem genommen haben, die das aufs Spur, die einfach Gewinne gesteigert haben. Und mich regt es auf, wenn mit Steuergeldern, die alle einbezahlen, auch die sogenannten Habe-Nichtse, dass das dann letztlich mit dieser Nonchalance in dieser Art und Weise so undifferenziert, so ungerecht verteilt wird, und man kann sich keine Gedanken machen, wo kann ich gerecht auch dann letztlich, weil schau, was kommt dann jetzt über das Rettmechaner von denen? Die werden irgendwann einmal sagen, jetzt müssen wir ein Sparpaket machen, und jetzt kommen wieder die dran, die kleinen und die mittleren in erster Linie, und wieder nicht die, wo die 700 Milliarden sind, und das ist abgrundtief ärgerlich, und das finde ich, schreit dann auch, was die Grünen da drinnen machen, die brauchen überhaupt nicht mehr von Empathie und von Politik mit Herz reden, warum der Kogler lacht, ist mir ein Rätsel, weil der lacht wahrscheinlich deswegen, und ist gut aufgesagt, dass er immer witzig kann. Nein, soll ich dir sagen, warum der lacht, und ich glaube, du hast es voll verstanden, die haben sich heute wegen was anderem auf die Schulter geklopft, den hat der Nehammer, den Kogler auf die Schulter gesagt, da haben wir gut gemacht, jetzt kriegst du nächstes Jahr 12.000 Euro mehr Gehalt, und der Kogler hat zum Nehammer gesagt, du kriegst aber 18.000, darfst du auch freuen, und so haben sie sich heute alle, die haben sich alle die Gehälter erhöht, während die Österreicher leidenden Kitt vom Fenster in der kalten Wohnung sitzen, haben sich die die höchste Gehaltserhöhung eigentlich in den letzten Jahren in der Geschichte 18.000 Euro, das ist ein Jahrhalserhöhung, das ist bei manchen ein Jahrhuseinkommen, nein zu, ein Zwickerpussi, ich finde, dieses Verhabern, was die da gerade jetzt machen, dann sollen sie einen Parteitag machen, wo die Schwarzen und die Grünen beschließen, sie sind aber jetzt eine Partei, es ist ja kein Unterschied, der einzige Unterschied zwischen Schwarzen und Grün ist, dass die Grünen bei der Müllentzeugung etwas benibler sind, das ist das Einzige. Es gibt schon einen gewaltigen Unterschied, nämlich das, was wir gerade diskutiert haben, dass die einen führen Asylstab sind und die anderen wie eben hintergehen, weil das schaue ich mir auch an, wie es mit den Grünen einen Asylstab sowohl in Österreich als auch in Deutschland dürfen, das schaue ich mir auch an. Und an zweiten Punkt, die Justiz arbeiten lassen, ohne einzugreifen. dass es keine ÖVP mehr gibt. Aber das geht ja weiter. Wisst ihr, was das allererste ist im Jänner, was passiert? Die Erhöhung der CO2-Steuer. Das heißt, die Regierung sagt, wir sind so super, die Menschen haben so viel Geld, wir schwimmen alle im Luxus, jetzt können wir uns eigentlich noch höhere CO2-Steuer. Das heißt, ab Jänner werden die Spritpreise wieder in die Höhe schnalzen und das Öl-Embargo kommt dazu, das Inkrafttritt mit Jänner, das internationale Öl-Embargo gegen Russland und das Miteinander ist ein Giftcocktail für die Tankstellen und jeder wird wieder, sagen wir, wieder bei über zwei Euro. Also du bist der Meinung, diese Regierung hat in diesem Jahr eigentlich versagt und sie ist nicht, wie heute selbst dargestellt, die Beste aller Zeiten oder zumindest die derzeit in dieser Krise Bestmögliche? Nein, sie hat nicht nur versagt, sie ist herzlos und sie versteht die Menschen nicht mehr. Sie ist so abgesprengt und abgehoben mit ihren 370.000 Jahresgehältern, die wissen nicht, wie es ist, wenn ich am Supermarkt an der Kasse stehe und das Brot zockt. Sie verstecken sich. Die wissen nicht, wie es ist, wenn es kalt ist und du musst im Ballon sitzen. Das verstehen die nicht und deswegen diese Empathielosigkeit und dann noch, das ist eine Verhöhnung, wenn ich mir am Jahresende hüchte und dann sage, wir sind so gut, wir haben so viel gemacht, das stimmt einfach nicht. Das ist falsch und das ist daher eine Verhöhnung der Menschen. So, das war die dritte Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann ist Finale für dieses aktuelle Duell, weil, wie gesagt, das Jahresduell wird am nächsten Sonntag starten und das können Sie sich dann wirklich jeden Abend anschauen. Das gab es noch nie. Kann ich nur empfehlen. Wir haben es überlebt übrigens nebenbei und wenn wir es schon aufgezeichnet haben. Jetzt gehen wir noch einmal live in die vierte und letzte Runde. Ich muss beide Herren um Gnade bitten, denn ich hätte gern die Noten für die Regierung und bitte jetzt nicht alle mit nicht genügend zu beurteilen. Und wir sind gleich wieder da. Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Ja, zum Jahresschluss, da haben wir hier in diesen Runden bei Felna live eine sehr nette Tradition. Wir geben immer die Schulnoten für die Regierung her. Da hatte der Sebastian Kurz tot hab ihn selig und die Zeiten selig einmal ein Dreier und man glaubt es kaum. Der Karl Nermann hat das Innenminister ein Zweier, bitte. Gut. Das habt ihr hergegeben für den. Ganz am Anfang der Zeit. Die Rache des Journalisten ist das Archiv, wie wir wissen. So, und jetzt würde ich sagen, bitte für heuer. Aber seid bitte ein bisschen gnädig. Es ist Weihnachten. Die waren dann eh schon, wie wir heute bei der Pressekonferenz gesehen haben. Die klammern sich aneinander. Die haben heute in der Pressekonferenz geradezu gebettelt um eine gute Not. Die haben gesagt, Herr Lehrer, wir sind eh die Besten, bitte. Sind Sie jetzt da nicht so bäst und geben Sie nicht da und ungenügend her. Wir sind die Besten und eigentlich erwarten wir uns auch sehr gut. Haben der Nehammer und der Krug auch gesagt. Was sagt der Lehrer Westenthal? Ja, da tut man sich natürlich schwer. Da kann ich nur anknüpfen an den vorhergesagten. Leider ist es der Regierung nicht gelungen, den Menschen soziale Sicherheit, soziale Wärme, ein Vertrauen in die Politik zu geben. Wir hatten ja nicht nur diese Umfragen, die wir kennen von der Lasersfeld-Gesellschaft, wo also die Opposition siegt und die Regierung verliert, sondern wir haben auch den Vertrauensverlust. Die Menschen haben einfach kein Vertrauen mehr in die Politik und das kommt halt daher, wenn man etwas verspricht und nicht einhält. Und das ist jetzt nicht nur die Punkte, die ich schon vorher auszählt habe. für Karl Neher. Ja, klar, der Fünfer für mich. Na, gebitt, gebitt, gebitt. Kann man nicht ein bisschen, ich meine, er hat sich sehr bemüht, jetzt im Herbst, er hat sich wirklich bemüht. Ja, er kriegt viel. Er hat die Schengen-Sache gemacht, um bei Leuten wie dir zu kommen. Schau, den kannst du nicht einmal... Ja, er ist fort in der Welt herum, nach Kata, ist ein Freund um unser Gast zu organisieren. Aber den kannst du nicht einmal eine positive Betragensnote geben, wenn er den Menschen Alkohol und Pharmaka zur Linderung ihrer Schmerzen empfiehlt. Also der kriegt sogar einen Betrag. Nein, ich muss dir ehrlich sagen, das ist zu wenig. Das ist für einen Kanzler zu wenig. Erstens einmal hat er seine Partei von 34 auf 19 Prozent heruntergeführt. Das muss er einmal zusammenbringen. Also das ist ja, was ist das, eine Halbierung. Also nee, haben wir nicht genügend. Kogler. Gibt es für einen Kogler? Kogler für mich, pass auf, jetzt kommt Kogler, voll aus der Wertung, nicht benotbar, weil nicht vorhanden. Kommst einfach, der kriegt... Der hat geschwänzt. Der hat geschwänzt, der war nicht da, daher ist er nicht benotbar, aber er muss die Klasse wiederholen. Das ist... Na ja, Entschuldigung. Der ist nicht vorhanden. Dann gehen wir mal zu den ÖVP-Ministern. Ja, es gibt aber auch positive. Da haben wir ein paar, die du ganz gut findest, den Finanzminister. Ich würde den Finanzminister... Er liebt jetzt unsere neue Europaministerin, also im neuen Stil, die alte Europameisterin ohne den bösen Blick. Ich sehe drei Minister in der Regierung positiv oder besser als zu Beginn. Da fällt mir einmal der Magnus Brunner ein, der entwickelt sich zu einer... Not für den Brunner? Gut. Gut. Der entwickelt sich zu einem wirklichen, zu einer Alternative, zu Nehammer. Ich glaube, das ist auch gewollt, dass der eine Kanzleralternative wird. Daher würde ich ihm ein gut geben. Jetzt kann man sagen, ein gut deshalb, den würde er mir auch sehr gut geben. Ein gut deshalb, weil er den ganzen Schmonz als Finanzminister natürlich auch umsetzt mit diesen Förderungen, die nicht hinkommen. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir der, der hat eine ehrliche Art. Der ist zwar trocken, aber straight, der tut nicht herumflunkern, sondern der ist einfach ein Politiker, dem er Vertrauen schenken kann. Das ist der Punkt eins. Der zweite, den ich positiv sehe, ist nach wie vor der Kocher. Der ist zwar fast nicht mehr auftreten in den letzten Wochen auch. Aber der ist einer vom Fach, der kann das, hat die Arbeitslosigkeit halbwegs im Griff, muss man möglicherweise sagen. Note befriedigend. Und der dritte, den ich positiver sehe als zu Beginn, am Beginn hätte er ihn viel schlechter beurteilt, ist der Gesundheitsminister, der sich verbessert hat. Der ist von der ÖVP jetzt seit dem Ersten. Das vermisst sich offenbar. Nein, nein, es ist auch nicht zu grün. Er hat gesagt, wir fangen mit der ÖVP. Achso, ich sage dem Rauch. Du zählst den auch schon zur ÖVP dazu. Ich sehe schon, es ist gleich. Er hat ja gesagt, das ist ja alles eine Partei. Der Rauch hat schlecht begonnen, weil er gar nicht wollte. Er wollte ja gar nicht Minister werden und hat in der Corona-Phase einmal daneben gehabt. Aber in der letzten Zeit, wenn es jetzt mehr um soziale Themen geht, dann hat er wesentlich, in der Regierung ist er einer der wenigen, der wirklich Empathie hat für die Leute, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass er mit vielen dieser unsinnigen Corona-Maßnahmen, die der Herr Ludwig bis zum St. Nimmerleinstag in Wien fortsetzen will, mit denen ist er abgefahren, der kriegt für mich auch gut. Innenminister Kana? Da tue ich mir sehr schwer beim Innenminister Kana. Der will, kann aber offenbar nicht. Ich will mir aber nicht ganz so schlecht ein Genügend in dem Gratland geben. Der will, aber nicht kann, kriegt normalerweise ein Genügend. Polaschek, der Schönste? Der fällt auch aus der Wertung für mich, weil den kann ich nicht. Der fällt auch aus der Wertung. Der ist der Dritte auch nicht auf. Raab, die Schönste? Genügend. Edstadler, die zweitschönste? Also bei der Edstadler muss ich ehrlicherweise sagen, da schwingt noch was, nicht von diesem Jahr, sondern aus dem vorletzten Jahr mit. Denn die Frau Edstadler ist die Miterfinderin und Durchpeitscherin der dann nicht gekommenen Impfpflicht. Das ist die Frau-Impfpflicht, die, ich sage immer, die Politdomina in dem Land, die uns gesagt hat, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist illegal, also du musst ausreisen, es kommt die Polizei und du wirst, also die hat uns ja ein Horrorszenario und am Ende musst du sich eingestellen, dass diese Impfpflicht nicht kommt, nicht genügend. Nicht genügend. Dann, wen haben wir noch? Schallenberg? Also im Gegensatz, als Kanzler ist er als Außenminister gar nicht so schlecht, weil da kann er nicht so viel falsch machen, aber der hat halt auch eine Historie genügend. So, bevor ich zu den Grünen komme, gehen wir mal kurz zum Josef. Josef, deine Beurteilung der Regierung, gehst du mit Karl Nehammer ein bisschen gnädiger um, als der Herr Westen? Ich kriege da vier bis. Vier bis? Ja, weißt du warum? Also vier Minus. Ja, und zwar aus dem Simpelgrund, weil der ist zum Selenskyj gefahren, der ist zum Putin gefahren, er hat zwar nichts zusammengebracht, aber ich finde, das Symbolik ist in Ordnung. Er hat sich bemüht. Er hat nichts zusammengebracht, aber er hat sich bemüht. Es ist nicht mehr drinnen, als vier Minus, aber das geht. Aber man sieht, ich finde es lieb von dir, auch ihm gegenüber, weil er schaut jetzt vielleicht zu und Herr Professor Tschapp, sehr nett von Ihnen, sehr freundlich, weil Sie merken das Bemühen dieses Kanzlers in diesem Jahr. Er würd gern. Er würd gern, aber er kann es nicht. Sehr gut. Vizekanzler Kogler. Der Vizekanzler Kogler, das ist ein Problem. Das habe ich schon aufgeschrieben gehabt, bevor du es dazu gesagt hast. Ich kann ihn nicht benoten, weil der ist sozusagen wie ein Schnorchler auf tiefer Tauchstation und kommt noch hin und wieder lachend auf die Bühne und geht dann wieder. Heute, heute. Heute, ja. Also nicht zu benoten. War ein wunderbarer Auftrag. Der Auftritt hätte er sehr gut verdient. Ich glaube, der soll überhaupt die Schuhe wechseln, nicht nur die Klasse. Du, entschuldigen, fünfmal, warum ist der auf Tauchstation? Das musst du ihn fragen. Ja, aber warum glaubst du, das ist der politische Einzige? Er glaubt, das bringt ihm und den Grünen nix und der Regierung sowieso nix und Österreich auch nix und viermal nix ist nix. Und wenn wir jetzt die ÖVP-Rige durchgehen, Finanzminister Brunner, bist du auch ein Fan von ihm? Nein, bin ich nicht. Schau, das ist der Typ, der macht alles. Ja, rechts, Mitte, oben, unten. Der macht auch schwarz-blau, der macht alles. Deswegen gibt er mir auch so gute Noten. Und ich bin der Meinung, wie er diese eine Variante, wo er die Wienergie so gefährdet hat mit seiner Aussage damals im Fernsehen, aber da kriegt er eigentlich von mir keine gute Note. Also vier bis fünf. Vier bis fünf. Erdstattler? Die Erdstattler, die Erdstattler, wenn dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem. Nein, vorhin gesagt, vorhin gesagt. Dann war es ein Fünferkurs, aber dass sie, wenn sie jetzt nach dem Arban noch einmal einen gibt und den sagt, pass auf, Arbe, jetzt wach einmal auf, das geht nicht, dir ist Österreich-Mursch, du winkst alle durch. Dann hätte sie die Chance, dass der Vierer verbesserungsfähig ist. Also vier plus. Könnte sein. Ja, Rahm. Na, die ist furchtbar. Weißt du das Ressort von ihr? Ja, das habe ich, ich weiß nur eins, sie hat den Dr. Käthe leichter Frauenpreis abgeschafft. ihr Preis gibt zwar weiter das Frauenpreis, aber sie mag die Dr. Käthe leichter nicht, die im Konzentrationslager von den Nazis umgebracht worden ist und die gegen den Widerstand der Dammling-Zeit und der Männer an der Universität ihr Doktorat gemacht hat und nur weil das eine Sozialdemokratin war, hat die den Namen gestrichen aus dem Preis. Und für das verdient sie einen glatten Fünfer. Und all die anderen ÖVPler, die wir haben, Kana zum Beispiel? Der Kana, ja, ich meine, ehrlich gesagt, er hat nichts zusammengebracht. Diese Kampagne weltweit kommt nicht nach Österreich. Also das heißt was? Das ist ein Fünfer beim Kana wirklich. Schallenberg? Der Schallenberg ist, also der hat, der hätte nicht dieses Intermezzo im Bundeskanzleramt machen müssen, aber der ist halt, ich würde sagen, ein gläubiger Anhänger des Kurz gewesen und hat, ist ein Dreier, weil er einfach kompetent ist. Und zum Schluss noch unser Schönster, Polaschek? Die Föhnwelle ist eine glatte Föhnbesetzung. Ich hätte lieber gehabt, dass der Fassmann bleibt. Also die Föhnwelle kriegt? Nein, die kriegt ein Fünfer und ein Föhn. Aber nicht für die Frisur. Nein, aber ein Föhn. Aber ein Fünfer. Das Allerschlimmste ist, wenn du selbst Minister bist und ein Dritt nicht einmal einfallst. Zum Schluss noch, es gibt noch einen Landwirtschaftsminister und einen Stottsagrepp, der das was kann. Die Grünen, die Grünen müssen wir noch geschwinden. Ja, den Landwirtschaftsminister haben wir vergessen, aber der kriegt vermutlich auch nicht teilgenommen. So, die Grünen bitte noch kurz. Gewessler. Also Kogler hat mir schon gesagt, nicht bewertbar, weil er nicht da war. Gewessler, absolute klassische Fünf. Also wenn Sechs gab, Sechs, weil die hat ja, die ist überhaupt das Gesicht des Jahres. Die uns allen aufoktorieren will, wie wir zu leben haben. Nämlich Energie zu sparen, CO2 zu sparen, alles, wir müssen jetzt sparen und den Gürtel enger schnallen und selber genau das Gegenteil lebt als Ministerin. Mit dem Privatschett durch die Gegend flügt, sich sündteure Berater leistet, sich sündteure Büromöbel leistet, sich sündteure Klimaanlagen leistet und und und. Die Frau ist wirklich, das was sie verkörpert, lebt sie nicht. Und das ist in der Politik das Schlimmste, weil das heißt, sie ist nicht authentisch, nicht genügend. Ich bin verärgert, weil sie gegen den Lobautungel ist, das war völliger Irrsinn, weil das war schon geplant, mit der Vasilakum, mit der Grünen und so, aber für die Grünen ist sie das effizienteste Regierungsmitglied und jeder Grüne gibt ja mindestens einen Ansatz, einen Zweier, ich gebe ja vier bis fünf. Aber du sagst, die Grünen Wähler würden ihre Reizung geben. Das ist die Nachfolger, die haben Kugler. Zadic? Zadic hat natürlich einen großen Makel. Eigentlich würde sie positiv bewerten, weil sie sich in der Justiz bemüht und weil sie dort schon einiges zum Positiven geändert hat. Sie hat ein Riesenproblem und das sind diese fürchterlichen Mieterhöhungen, die auf ihre Kappe gehen. Sie ist verantwortlich für diese dreifache Mieterhöhung durch ihre Verordnungen. Das bedeutet was? In Schulnote gesprochen? Drei bis vier. Zadic? Ja, ich hätte Zadic auch einen Zweier gegeben, weil die einfach wirklich die Justiz halten lassen. Schau mal. Weil ich von der sehr viel hält, weil sie auch im Reformbereich tätig ist, aber wegen der Mieterhöhungen bin ich auch betreibe es für ihn. Ach so. Rauch? Haben wir schon gesagt. Den habe ich vorgezogen, den Rauchgewerg. Gut, der hat sich verbessert, der hat Empathie. Der Rauch kriegt einen Ansatz von mir. Einen Ansatz? Das schafft ja das einmal an. Unglaublich. Also wenn der jetzt zuschaut, ich glaube, der kriegt sich nicht mehr ein, er kriegt einen Ansatz von Professor Tschab. Der schafft alle Sendungen von uns auf. Der muss Trogtreib nichts machen. Und wen haben wir jetzt noch vergessen bei den Grünen? Ich meine die Kulturstaatssekretärin, die uns heute im Burg, die hat da nicht bewertet. Die hat da nicht bewertet. Und haben wir noch eine Ministerin vergessen? Ich glaube, nein, das war es ja. Das war es. Ja. Gut. Das war es, meine Damen und Herren. Das war ein spannendes Jahr 2022 am Mittwochabend mit Tschab und Westenthaler. Eine Rekordquote nach der anderen. Ich bin stolz auf euch zwei. Danke. Ihr habt trotz mir wirklich gute Einschränkungen erreicht, was für euch spricht. So, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt sagen, zwei Wochen ohne Tschab und Westenthaler, das halte ich nicht aus. Unmöglich. Das bringt Entzugserscheinungen. Da macht das Fernsehen ganz Spaß mehr. Da zahlt man nicht mehr gerne Gisgebühr. Ja. Naja. Könnte ja sein, dass die glauben, sie finanzieren mit euch die Gisgebühr. Ich muss weiter Tschab und Westenthaler sehen. Dann darf ich Ihnen einen folgenden Vorschlag machen. Am Sonntag, den 25. startet die Überdosis mit diesen beiden Herren. Zunächst einmal ein Doppelpack untertags und um 21 Uhr. Und dann ab dem Dienstag, das ist der 27., jeden Abend um 21 Uhr Tschab und Westenthaler eine ganze Stunde lang über einen Monat des neuen Jahres. Das heißt nach Adam Riese zwölf Stunden Tschab und Westenthaler nächste Woche. Und damit Sie dann die Überdosis richtig zur Überdosis haben, bestreiten die auch noch den ganzen 31. bis Silvester mit ihrer Jahresanalyse dann jeweils eine halbe Stunde lang von 8 Uhr früh bis Mitternacht. Wieder zwölfmal. Dann stellst du mir an. Gut. Und da kann ich nur sagen, das dürfen Sie nicht versäumen. Es ist wirklich lustig. Es ist spannend. Es ist ein Jahresrückblick der ganz neuen Ort. Nämlich ein Jahresrückblick, der wirklich hinter die Kulissen schaut, der die Menschen des Jahres präsentiert. Von Elon Musk bis zu Donald Trump. Alles wird aufgeboten. Nähhammer natürlich. Rauch natürlich. Mückstein nicht zu vergessen. Sport. Die politischen Leichen des Jahres kommen vor. Sport natürlich auch. Foda. Abschied. Rangnig. Didi-Matte-Schitz. Also alles, was dieses Jahr geprägt hat. Bitte schauen Sie sich das an. Am 25. geht es los. Und ab 27. dann jeden Abend um 21 Uhr. Und wenn Sie zu Silvester nichts tun haben, dann können Sie den gesamten 31. mit den beiden Herren im Fernsehen. Wenn Sie das überlebt haben, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder jeden Mittwochabend um 21 Uhr. In diesem Sinn, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.